Willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Profiltalks. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Und da geht es heute um die europäischen Königshäuser. Ganz groß drin im neuen Magazin. Dazu bei mir Profiljournalist Sebastian Hofer und Profilherausgeber Christian Reiner. Ich starte mit dir, Sebastian. Welchen Blick werft ihr denn drauf auf die europäischen Königshäuser im aktuellen Profil? Ich sage mal einen amüsiert kritischen. Wir beobachten das doch eher schwierige Jahr 2020, das in allen europäischen Königshäusern seine Spuren hinterlassen hat und nicht nur mit einem Virus. Zuletzt in Spanien ist der alte König mehr oder weniger geflüchtet vor der Justiz. In Großbritannien gibt es Schwierigkeiten mit dem Prinz Andrew, aber auch Harry und Meghan, die gesagt haben, sie wollen das nicht mehr und freiwillig ausgeschieden sind sozusagen und so weiter und so weiter. Es gibt mehrere Schauplätze und insgesamt verfestigt sich so die Ansicht, dass sich europäische Königshäuser so ein bisschen selbst abschaffen im Laufe der Jahre. Das führt mich gleich einmal zur wichtigsten Frage. Wer braucht heutzutage eigentlich noch eine Monarchie, Christian? Niemand würde ich sagen, aber ich habe ja das Gefühl, dass ich hier der Einzige im Studio bin, der nicht nur amüsiert kritisch gegenüber Monarchien und Königshäusern dasteht, sondern das Ganze insgesamt nicht versteht. Ganz offensichtlich auch nach Lektüre, Vorab-Lektüre dieses großartigen Textes, den der Sebastian Hofer im Übrigen gemeinsam mit unserer Fotoschefin Alexandra Unger verfasst hat. Trotz dieses großartigen Textes finde ich ja noch immer, wie kann das sein, dass es demokratisch legitimierte, falsch, nicht legitimierte, sondern Monarchien gibt, mit daneben einer funktionierenden Demokratie. Wie kann man dem in Wahrheit doch etwas auf Blut und damit eigentlich auf Rasse und Familien zurückgehenden Konzept irgendetwas abgewinnen? Ich beantworte deine Frage doch. Es erschließt sich aus dem Text, dass der volkswirtschaftliche Nutzen von Monarchien groß ist, dass die Fringe-Benefits, also Tourismus etc. 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 davon profitieren. Dennoch, ich verstehe nicht, wie man sich ein Stück Demokratie abkaufen lassen kann mit ein paar Milliarden Euro oder Pfund. Also ich bin dagegen. Du bist eher dafür oder neutral gegenüber, Sebastian? Ich bin relativ neutral, würde ich mal sagen. Ich schaue mir das auch ganz gern an in der Gala und in der bunten und im Profil. Ich würde jetzt aber auch nicht irgendwie auf die Straße gehen, wenn die Queen von England beschließt, den Land zuzusperren. Also das wird nicht passieren, aber ich bin jetzt kein euphorischer Republikaner in dem. Dennoch, Christian hat es ja schon angesprochen, es gibt ja auch enorme wirtschaftliche und touristische Aspekte bei den Monarchien und die sind ja nicht zu verachten. Man kann das ganz nüchtern einfach sich ausrechnen. Also am Beispiel England, die bekommen für die Erhaltung der Immobilien und für ihre Lebensführung zuletzt, glaube ich, 85 Millionen Pfund pro Jahr. Im Gegenzug gibt es aber aus den Einnahmen, die diese Liegenschaften und so weiter generieren, über 350 Millionen Pfund an den Staat. Also das ist schon mal eine positive Bilanz. Dazu gibt es die unwahrscheinlichen touristischen Benefits, von denen wir gesprochen haben, also die, glaube ich, bis zu zwei Milliarden Pfund umfassen sollen, laut Schätzungen. Insofern, und dann gibt es natürlich auch ein großartiges Schauspiel. Also Prinz Andrew im BBC-Interview ist ein Dokument für die Ewigkeit. Meine These dazu ist ja, abgesehen davon, dass kein Geld der Welt mir die Demokratie abkaufen lassen kann, aber fragen wir die Japaner, fragen wir die Chinesen, fragen wir die Amerikaner, ist Österreich eine Monarchie? Ich würde jetzt eine Wette eingehen, dass eine absolute Mehrheit meinte, dass der Kaiser noch immer in der Hofburg residiert, dass er in Bad Ischl den Sommer verbringt und dass der Bundespräsident irgend sowas wie der Hofnarr des Kaisers ist. Das heißt, der Tourismus funktioniert ja ohnehin. Wir haben die Kaiserwähler in Bad Ischl und die Umzüge, wir haben die Hofburg, wir haben Schönbrunn. Dazu braucht es ja keine wirklich existente Monarchie. Das kann ja auch die Vergangenheit sein. Also du wirst jetzt den Kaiser davonjagen aus dem Schloss Schönbrunn? Ich würde den Kaiser lebendig einbalsamieren, vermutlich. So weit wollen wir vielleicht nicht gehen. Meghan und Harry, jetzt zuletzt der Skandal in Spanien. Spanien steht ja vor der völligen Demontage, die Briten stehen dann doch eher noch hinter dem Königshaus. Wie wird es denn weitergehen mit den Monarchien? Die werden es aussitzen. Also Großbritannien hat eine große Tradition im Überwinden von Krisen. Da gab es ja auch schon diverse angeheiratete Prinzessinnen, die Scherereien gemacht haben. Da hat man auch ganz gut sich drüber gerettet. In Spanien könnte es natürlich schon nochmal schäpern, sollte der alte König, wie er gesagt hat, er stellt sich der Justiz sozusagen zur Verfügung. Soll es da zu einem Prozess oder gar zu einer Verurteilung kommen, könnte natürlich schon die republikanischen Kräfte Oberwasser kriegen. Ist Spanien noch zu retten? Na, ich glaube schon. Nach Lektüre des Textes ist es eigentlich so, dass ich es für möglich halte, dass Parlament in Spanien abgeschafft wird und die zurückkehren zu einer absolutistischen Monarchie, so wie das Land derzeit auseinanderfällt in jeder Hinsicht. Also die sind nicht nur zu retten, sondern möglicherweise wird der Philippe dann, nein, also das hält an. Ich muss jetzt am Schluss doch noch, oder noch nicht am Schluss, doch noch ein Geständnis machen. Es gibt eine Serie auf Netflix, auf die ich reingekippt bin, wie auf keine andere in den vergangenen zehn Jahren. Und das war The Crown. Das ist auch großartig. Ah, er sagt, er kennt es auch hier. Also ich bin da richtig reingekippt. Es ist großartig geschrieben von Peter Morgan, der im Übrigen mit österreichischer Hocharistokratie verheiratet war und Kinder hat. Und es ist sehr nahe an der historischen Wahrheit. Also irgendwo schlummert es dann doch wieder in uns allen. Wie sehen sich denn die Königshäuser selbst in welcher Rolle? Also das Sendungsbewusstsein ist denn jetzt schon relativ groß. Man sieht sich als zu hohem geborenem Diener des Volkes. Schon noch immer so konservativ? Naja, doch. Also das Business bringt es mit sich sozusagen. Also man kann ja auch sozusagen in Österreich mit ehemaligen Niederen Adel sich unterhalten und wird immer noch sehr viel Selbstbewusstsein irgendwie entgegengebracht bekommen. Bei regierenden oder bei amtierenden Königshäusern ist es natürlich nochmal ein Stück stärker. Gleichzeitig wissen die, also sind ja nicht blöd, sie wissen schon um ihr Standing, dass sie jetzt auch nicht sich alles leisten können sozusagen. Weswegen zum Beispiel auch die Queen in England möglicherweise ganz einverstanden war mit dem Abschied von Harry und Meghan. Die ja auch sozusagen mit den Steuergeldern nicht immer ganz sparsam umgegangen sind in den letzten Jahren. Dennoch wirft sie da ja einen kritischen Blick drauf auf die beiden, weil jetzt hat sich Meghan geäußert zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Das sieht ja die Queen auch nicht gern, oder? Na, also traditionell haben die keine politische Meinung zu haben und haben sie wohl auch wirklich nicht, weil das Stände sind, die weit unter ihnen existieren sozusagen. Ob das jetzt irgendwie links oder rechts ist, was sich da gerade irgendwie bekämpft im Parlament, ist sozusagen Winsorce egal. Schauen wir mal, 100 Jahre nach vor wird es dann die europäischen Monarchien noch geben? Hm, eher als das Coronavirus, also The Crown, ja, Corona, nein. Vermutlich ja, die sind schon unglaublich zäh. Es stellt sich, also wenn man eine ernste Frage stellt, ja eher die Frage, ob es die Demokratien noch geben wird. Die Spanier sagen ja, der einzige Spanier selbst ist der König, sonst sieht sich ja keiner wirklich als Spanier. Also wie spanisch der ist, schließt sich auch aus dem Text, weil ich daraus gelernt habe oder mich erinnern konnte, dass ein Gutteil dieser Königsweise nicht nur miteinander verwandt sind und da viel Inzucht betrieben wurde, sondern mit der Geografie des Landes, in dem sie gerade herrschen, relativ wenig zu tun haben. Und sehr oft auch die Sprache nicht sprachen, obwohl sie dann die Monarchen waren. Wenn wir jetzt auf England schauen, wer wird der zukünftige König werden? Wird es da vielleicht ein Auslassen von Charles geben und gleich zu Prinz William hin oder ist das nicht vorgesehen? Die Experten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, wollen sich jetzt nicht festlegen. Also es ist beides möglich. Charles ist jetzt in der Rolle sozusagen des Stellvertreters oder des Mannes im Hintergrund jetzt auch schon jahrzehntelang geübt. Vielleicht würde der einfach auch sozusagen für seinen Sohn weiterspielen. Andererseits ist es genauso möglich, dass er sozusagen, sollte seine Mutter sterben, das Zepter übernimmt und von sich aus sozusagen eine Modernisierung oder einen Generationswechsel einleitet. Wobei eben dieser Generationswechsel glaubhafter wäre. Es kommt da noch ein ganz interessanter Aspekt dazu. Sollte Charles gekrönt werden zum nächsten König, wird Camilla automatisch Königin. Das ist so. Ist das überhaupt denkbar? Eine Königin Camilla in England? Alliteriert immerhin. Aber offensichtlich ist das möglich. Komplexer wäre es gewesen, wäre da Jena nicht leider damals diesem Autounfall zum Opfer gefallen. Da gäbe es dann eine Königin und eine Schattenkönigin sozusagen. Aber offensichtlich ist das möglich. Also in der Hinsicht haben die Königshäuser ja ziemlich vieler gesellschaftspolitischer Liberalität inzwischen gewonnen. Also Liberalität nicht nur in der Interpretation des Strafgesetzbuches, siehe Spanien zum Beispiel, sondern auch in der Hinsicht, wer jetzt wen heiraten darf. Also auch die Ehe mit Meigl wäre ja vollkommen unmöglich gewesen. Das wäre nicht nur unter dem Stand gewesen, sondern kein Stand. Der Profiltalk heute im Zeichen der Monarchie. Alles nachzulesen, auch in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.